Musik Und alle Zuschauer, ein riesen Applaus hier für die Zeit, die zu mir in der Brotung haben. Applaus 4, 1, 2, 1, 4. Ich bin ja noch nie vorher beim Marathon gewesen, heute das erste Mal. Ich bin schon beeindruckt, wie viele Zuschauer da sind, aber auch wie viele Teilnehmer, sicherlich auch bedingt durch die vielen Teilnehmer bei der Staffel, aber es ist schon beeindruckend. Wäre das auch was für Sie, einmal den Marathon zu laufen? Haben Sie es schon mal hinter sich gebracht? Nee, noch nicht. Ich hatte das eigentlich immer mal vor nach Beendigung meiner Karriere, aber dann haben wir körperliche Schäden, haben wir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren, Fahrrad fahren, Fitnesstraining und so weiter. Sehr schön. Wo sehen wir Heiner Brandt in den nächsten Wochen oder Monaten? Ja, sehr wahrscheinlich gar nicht. Höchstens mal vielleicht als Experte bei einigen Handball-Bundesliga-Spielen. Das ist meine einzige Verbindung, die ich noch direkt zum Handball habe. Und ansonsten bin ich viel für caritative Organisationen unterwegs, so wie heute auch, für KIO, Kinderhilfe, Organspende und das macht mir auch sehr viel Spaß. KIO, Kinderhilfe, Organspende und das macht mir auch sehr viel Spaß. KIO, Kinderhilfe, Organspende und das macht mir auch sehr viel Spaß. Los geht's! Und da wäre es, dass wir uns noch was gewonnen haben, alles gut. Herzlichen Glückwunsch! Und es ist der Röckle Vigieres, der Besser aus Äthiopien, den wir hier auf der Rechnung hatten. Wir haben Autofiew. Dritter Platz des Liedenberatern. Seine beste Platznummer hier. Das geht an Julius Giprono, Chamos. Julius, we are proud of you, wow! Gefolgt von Elias Sansa, der heute Zweiter ist immer noch einen super Lauf in der Richtung. Und der Dritte, das ist der... Marcel Breutigam, der beste Deutsche hier in Münster. Du siehst noch relativ frisch aus. War es so einfach heute? Ja, also für meine Verhältnisse ja. Nur der letzte Kilometer wurde etwas hart, weil wir zutreten noch von den Deutschen bis Kilometer 41 waren. Und da geht es natürlich um Siegerpotest. Und da hatte ich dann einfach das Ziel, auch ganz oben zu sein. Und da mussten wir schon nochmal die Beine in die Hand nehmen und nochmal Gas geben. Aber ansonsten konnte ich das genießen und fühle mich auch noch fresh. 2013 war ich schon mal hier. Da war ich zweiter Deutscher. Aber jetzt hatte ich eine längere Auszeit und jetzt kam ich auch zum Jubiläum natürlich wieder. Nächstes Jahr dann wieder quasi geplant? Also ich nehme es in meine Planung mit ein. Wie die denn genau aussieht, muss ich abwarten, weil auch nächstes Jahr deutsche Polizeimeisterschaften in Berlin sind. Und da muss ich dann schauen, ob das dem Rahmenplan passt. Aber ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und ich werde auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Das kann ich auf jeden Fall schon versprechen. Marcel, danke. Alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank.